Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ihr seht einen brichtlichen schweren Kreuzer eventuell und ja das Schiff Tschecher wie gesagt es sind leider nicht viele informationen nicht rausgekommen ist es nur bekannt was das Ding vor allem einen kleinen Kaliber hat das Ding hat einen Kaliber von 234 mm es geht ja kann man sagen schon Richtung schweren Kreuzerbom bei den Engländern das ist so so also das ist schon einen kleinen Vorgeschmack kann man sagen werden wir sehen wir haben schon doppelge Zwingstürme hier in der Mitte sind schon ein paar Torpedos was ich persönlich schade finde es sind nicht so viele Daten rausgekommen ein bisschen schade finde ich aber Tschecher sieht persönlich nicht schlecht aus sieht relativ gut aus es gibt ein Gegenstück mit dem Schiff ich muss es mal groß suchen mal das ist ja ich finde das sieht erst mal so optik nicht schlecht aus als Frage so wie die Nachleidzeiten und Co immer so ein bisschen ist ist finde ich meine persönliche Meinung ein bisschen eher so eigenart so wir haben ja ein Stufe 8 Schiff ja bitte äh ich habe ja mal die schweren Heavy Cruiser mal präsentiert mal ist ein Stufe 8 so dann gehen wir kurz mal auf Bildaufnahme zack so das ist ein nettes Schiff das ist im Grunde der Dicken Pondong das Ding hat ja nur 203 mm Geschützen aber das Ding hat hier etwas kleineren Kaliber machen müssen wir ein bisschen kleiner machen ein bisschen schmaler ja 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 das ist ein bisschen problematisch so sieht irgendwie ein bisschen hingewuscht aus so das Ding wie gesagt das Ding hat 234 mm Geschützen hm welche Stufe hat man das ja eigentlich wenn man relativ weit nach unten geht es ab hier die Nachladzeit die CSU Reload ist aber ab Stufe 9 so so 14 Sekunden das aber wenn es Twinning Streamer sind ist das bisschen eher reduziert würde ich behaupten es könnte eventuell sein bis ja ich vermute mal so Richtung ähm 10-12 Sekunden eventuell aber wie gesagt das das es gibt keine weitere Informationen für das nette Schiffchen es ist ein bisschen eigentlich ziemlich sehr schade weil das ist der Grunde das Gegenpontor das Schwesterschiff kann man sagen die Tschecher das Ding hat ja 234 mm Geschützen und das Ding hat 200 203 mm Geschützen hm es ist es ist sowieso eher so ein bisschen fraglich welcher Nachlade zu ertan wird und Co der Opelus hat das Ding ich denke mal weil das ist das Sekundenbild das das äh gleiche Schiff ist es kann sein die werden hier übernehmen oder teilweise von Stufe 9 der hat hier wie gesagt größeren Kaliber hat hier 11 Sekunden es kann sein der Tschecher bisschen Ladezeit bisschen höher geht während er auf 12 12 oder 13 Sekunden wegen hohem Kaliber oder während er geringer geringer Ladezeit das ist so so meine persönliche Vermutung aber ich bin einer ich möchte gerne Stats so kompletten Stats aber es ist so eine ja kann man sagen grobe Vorstellung was das Ding könnte so das ist so mein klein Eindruck was meint ihr fällt euch etwas ein was was wie die HP Tool eventuell oder Ladezeit vermutet mal ich ich bin eher ratlos ich bin einer ich warte wenn das die kompletten Stats ähm geleakt sind dann möchte ich lieber damit arbeiten eher aber es ist ein bisschen so fraglich bisschen so 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 halb Information ist es finde ich persönlich bisschen so nicht in meinem Fall mich lieber komplette Information bisschen mehr haben da kann man ein bisschen mehr damit arbeiten wie wie halbe grobe Information Naja eure Meinung zu den Tschecher äh wie ihr das so findet oder ja irgendwie Spezialität den Ding mal wird das Ding bekommen ist so fraglich eure Meinung zu das Schiff können könnt ihr mal reinschauen oder einmal spießbissen raten welche Ladezeit es bekommt nun ko bisschen bin ich mal ein bisschen gespannt was ihr so einfällt und sagen bis das nächste Mal tschautski 3 4 5 5 6 6 7 Vielen Dank.